Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach so ein cooles Gefühl, weil ich habe das gar nicht realisiert und oh mein Gott, es ist einfach unglaublich. Hast du damit gerechnet, nach dem Auftritt, dass du gewinnen würdest? Nein, gar nicht. Es ist wirklich unfassbar und ich will mich bei allen meinen Fans bedanken, dass sie für mich angerufen haben und dass ich dank all meinen Fans gewonnen habe. Was wirst du jetzt machen mit diesen 100'000 Franken? Ich will mir einen zweiten Hund kaufen. Oh mein Gott. Du hast ja gewonnen mit einem Eurovision Song von der Conchita Wurst. Bist du schon lange ein Eurovision Fan? Nein, nicht so. Es ist frisch, dass ich so ein Fan bin, aber ich bin einfach mega froh, dass mir dieses Lied einen Sieg gegeben hat. Ich würde sie schon mal gerne treffen. Würdest du auch gerne mal teilnehmen im Eurovision Song Contest? Ja, das würde ich wirklich gerne. Was machst du heute Abend noch? Wo gehst du feiern? Dort hinten. Oh mein Gott, ich bin voll Adrenalin. Herzliche Gratulation. Herzliche Grat hist. Herzliche Gratulation. Du bist ja noch 정말 geil ges Pence. Jetzt nicht so schön einmal. Po-nächter. Oberflüsster wird vermutlich nicht so, dass das Mädchen sein soll.